Es geht schon Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute der liebe Es geht schon. Yo Leute, ich bin's Tim. Ne, ich heiß's Tobi. Yo Leute, ich bin's Revi, was geht? Leute, Tobi und ich spielen heute gemeinsam wieder ne Runde, wenn ich du wäre. Wir haben es jetzt seit drei Monaten nicht mehr gemacht, weil unsere Freundschaft wirklich darunter gelitten hat. Aber wir dachten es jetzt im Wild-West-Bodus, meine Freunde, ist es an der Zeit nochmal komplett. Also wirklich komplett jetzt hier einmal, den anderen richtig zur Weihnachtszeit einstimmend abzufüllen, Leute. Tobi kommt jetzt hier mal... Ich will erstmal ausreden, Mann! Komm in die Gruppe. Komm, komm, komm. Komm in die... Komm in die Fortnite-Gruppe! Eine Millionen V-Bucks dank der Fortnite-Gruppe! Kommt auf meinen Discord, meine Freunde! Der Link ist in der Videobeschreibung! Eine Milliarden V-Bucks dank meiner Discord-Gruppe! School Trooper Cayman S! Ja, Mann! Jawoll! School Trooper Cayman S wahrscheinlich, oder? Mach dich mal ready, Bruder! Let's go, Alter! Ich hab so Bock, Digga! Tobi, wir fangen ganz, ganz entspannt an. Wenn nicht du wär, Tobi, dann würde ich das Glider-Deploy in der ersten Runde einfach mal gar nicht erst benutzen. Ey, was sollt... Rewi, wenn ich irgendwo wär, würde ich erstmal ins Haus gehen und deinen ganzen Loot, den du da sammelst, in diesem Haus, wo wir markiert haben, mir geben. Tobi, guck mal, Glider-Deploy ist so eine Sache. Du kannst auch normal damit trotzdem noch spielen. Ja, ich geb dir ja auch noch was, Digga. Du brauchst nicht glauben, dass ich alles nehme, Alter. Darf ich die Waffe denn benutzen, wenn ich jetzt angegriffen werde, Digga? Das hast du nicht gesagt! Dann hast du nur auf 1 eine Spitzhacke, wenn du drückst. Junge, du bist so ehrenlos, Alter. Okay, du kannst die benutzen, aber gib mir die mal kurz, ich brauch auch eine, ich hab noch keine gefunden. Alter Ehrenmann, Digga, danke. Oh, ist das beschissig schon wieder, Alter. War's noch nicht, ne? Ja, nice, hier kommt direkt ein Gegner, ich hab keine Waffe. Wo? Ja, direkt vom Nachbar aus. Tobi, weil ich dir meine Waffe... Du Hund, Alter, hör mal auf, so dummes Fragen zu stellen. Ja, Digga, du musst jetzt, du musst jetzt hier machen, nicht ich. Hab ihn nockt? Ja, das ist ein Kollege. Hinter dir. Der ist oben. Oh, Bruder, hier ist Dynamit, ne? Okay, ich hab den anderen. Ja, warum du jetzt noch... Nein, okay. Okay, hier kommt einer. Hast du echt keine Waffe? Okay, hier explodiert irgendwas. Nein! Bruder, warum? Ich hab ein Jagdgewehr. Ah! Ah! 86er jetzt! 81er von mir bekommen! Nein! Ich kann die Tonne hauen! Ich hab ihn tot! Ich hab ihn tot! Ich hab ihn tot! Ich hab ihn tot! Ich hab ihn, ich hab ihn! Oh mein Gott! Oh, Digga, das ist cool schon wieder. Das gefällt mir. Oh mein Gott! Da kommen noch Welte, da kommen noch Welte. Tobi, wir müssen ganz schnell weg. Ich bin so down, ich bin so down. Dynamit. Besteck dich. Über uns auch noch, Tobi. Über uns auch noch, ich flieg weg. Oh, ich hab einen! Warte mal! Hier bei mir ist jemand. Hab einen nockt? Nein! Was? Nein! Au! Ich hab 10 AP. Ich kann dir nicht helfen. Oh doch! Nein! Du bist doch... Warte. Wo ist das? Hier? Rechts? Ja. Aaaaah! Achtung! Nein! Digga, wenn du mir die Waffe gegeben hättest, ich hatte 2 Kills. Wie viele hast du? Es ist nicht meine Schuld. Wenn ich du wär, würde ich mir... Wenn ich du wär, würde ich mir direkt eine Waffe geben. Und zwar eine Shotgun. Und eine Episode. Warte, hier ist Shotgun. Schau mal, guck. Du hast nicht gesagt... Tobi, heiz... Komm, wir gehen nach Lazy Links. Wenn ich du wär, würde ich in Wedding Woods landen. Ja, du musst ja trotzdem die Shotgun... Du musst ja trotzdem die Shotgun... Du musst ja trotzdem die Shotgun bringen. Ja, ich bring dir die dann. Wir helfen uns dann. Bastard einfach, Junge. Du bist so ein... Muss ich direkt in Wedding Woods landen? Ja, in der Mitte direkt. Ja, wahrscheinlich, oder? Hier ist nicht meine Kiste, Alter. Wo bist du denn gelandet, Junge? Guck mal auf die Map. Wir haben gesagt, Lazy Links. Deine Fresse, Junge. Wenn ich du wär, würde ich mir die nächsten drei Kisten, die du siehst oder hörst, ansagen. Aber für mich lassen. Okay, komm her, hier. Bei mir ist eine... Halt die Fresse, Mann, Digga! Nee, so nicht! Doch! Bruder, du hast gesagt, die nächsten drei Kisten. Egal, Shotgun zählt immer noch. Hier sind auf einmal 50 Kisten gespawnt. Tja, Challenge... Bestanden? Hilf mir mal bitte, hier ist ein Gegner bei vor mir. Wie hat der mich nicht gesehen, der Kollege? Die sind über die Brücke weggelaufen, ne? Wo bist du hin? Komm, wir pushen die. Bringt ja alles nix. Entschöne mal. Wenn ich du wär, würde ich mitkommen. Ich komm doch. Oh nein. Ich bin down. Du bist nicht down, komm her! Nicht hier! Was? Er fändigt mich. Wenn ich du wär, würde ich mich schnell retten. Wenn ich du wär, zieh mich hoch. Du hast das schon viermal, wenn ich du wär gesagt. Halt's Maul! Gebt mir deine Shotgun jetzt. Hallo! Junge, du lässt mir auch gar nichts. Du bist zu ehrenlos, Alter. Das geht schon wieder so los, als würdest du... Okay, spielen wir ein normales Game. Okay, wenn ich du wär, würde ich deine ganzen Metzes auf den Boden droppen. Halt noch dein Maul! Mann! Lecker! Wenn ich du wär, würde ich mir die Metz alle zurückgeben. Hä, was? Das ist dasselbe, was ich gesagt hab dann. Ups. Hä, haben die von links... Ich glaub, der steht auf dem Baum oben, kann sein. Ja. Digga, er denkt, ich seh ihn nicht. Wir reden nichts über. Wenn ich du wär, zieh mich jetzt schnell hoch. Ich hab den aber auch getet. Oh nein. Jetzt ist es lustig. Tschüss. Notausgang. Ich hab keine Metz, ne? Nur, dass du es weißt. Ey, warum? Farm doch. Der ist über uns. Ich hab keine Shotgun, damit du es weißt. Ich will nur, dass du weißt, dass ich keine Shotgun... Der ist direkt... Wenn ich du wär, lass den Nut liegen, ihr Hohen Sohn! Entschuldigung. Ich hab... Okay, wenn ich du wär... Halt's Maul! Lass mich... Danke. Also... Das war ja auch eigentlich nicht schlimm. Ich hab ein Metkit, falls du willst. Als ob du mir das einfach gibst. Ja. Hä? Digga, ich bin ein Ehrenmann im Gegensatz zu dir. Bist du nicht, Alter? Wenn ich du wär, würde ich dich mit deinem Stuhl fünfmal im Kreis drehen hier. Also im echten Leben natürlich. Ich kann nicht. Mein Griefel ist hinter mir. Ach man, Junge. Dann dreh dich einfach mal im Kreis. Das geht nicht. Ich kann mich nicht im Kreis drehen. Mein Griefel ist direkt hinter mir. Challenge nicht. Bestanden. Nein. Wenn ich du wär, würde ich die Thun-Tarbe zerf mir jetzt. Passt. Aua! Ja, ist wohl kassiert. Hab ihn tot. Alter! Boah! Oh, hier sind welche! 165! Ja, der schießt schon auf uns. Komm, fliegen zu den hin. Wenn ich du wär, würde ich beide Kills für mich vorbereiten. Beide Kills! Ja, ist mir egal. Es zählt trotzdem nicht. Hä? Nein, du hast ihn nicht vorbereitet. Wenn du stirbst... Soll ich mal das Unmögliche jetzt machen, zu gewinnen? Was? Gleich. Oh, jetzt lauf. Mann, da ist auch wieder so Hunde hier kommen müssen. Ja, ich bin down. Ich sterbe. Ich bin komplett tot. Trottel, Alter. Wieso? Wieso stirbst du denn die ganze Zeit? Wenn ich du wär, Tobi, würde ich dem guten Revi jetzt erstmal 6 Kills schön vorbereiten. Junge! Was? Nur weil du anders keine Kills kriegst. Wenn ich du wär, würde ich das zurücknehmen. Nimm's zurück? Du warst zweimal dran, okay. Ich bin zweimal jetzt. Das war's wert. Hier würde ich in Paradise ein Auge zu machen die ganze Zeit. Und halt nur mit einem Auge spielen. Du H***, Alter. Alter, ist ekelhaft. Ich probier's gerade. Was ist das andere? Wenn ich du wär, würde ich den ganzen Loot von den 6 Kills, die du dann bekommen wirst, mir geben. Du Hund, Alter. Selber schuld. Boah, ist das unangenehm. Tobi, ich kann nicht. Doch, du musst. Gegner vor mir. Oder ich kann nicht. Ich hab keine Waffe. Der ist bei mir hier. Ja, ich bin tot, glaub ich. Ich hab mit einem genockt. Der ist bei mir hier. Der verfolgt mich. Ich seh nichts, Alter. Ich... Ich seh nichts, Alter. Ich... Der sollte dich klauen! Ich hab den doch... Jetzt kann ich mein Auge wieder aufmachen, du H*** Sohn. Als Strafe. Nämlich nicht H*** Sohn. Kann ich mein Auge wieder aufmachen? Ja, mach doch. Ich seh gar nichts, Alter, du H***. Du hast mir einen Kegel gestealt. Welches Auge hast du zugemacht eigentlich? Das Linke. Man sieht überhaupt nichts, Alter. Man rafft gar nichts. Hast du irgendwie noch ne Waffe? Nein, ich hab echt keine. Komm, wir klauen uns hier einfach rein. Ja, wo denn? Von dem Typen da vorne. Den du gerade erschossen hast? Ja. Hier ist jemand. Klaut ihm ne Waffe. Hier ist jemand. Das war nicht vorbereitet. Vorbereiten, vorbereiten. 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 Wo ist der denn? Da ist vor mir, du H*** Sohn! Ich krieg nen Run-Job in nem Scheiß Jagdgewehr, Alter. Die M***-Geburt. Wieso hast du drei Kills? Ja, egal. Wenn ich du will, drop mir deinen ganzen Blätten Loot. Nein! Doch, wenn ich du... Digga, du hast dreimal jetzt reingeschickt, Digga. Okay, wenn ich du wäre, würde ich den Loot dann liegen lassen. Okay. Viel Spaß. Hier ist einer. Hab ihn knocked. Boah, geiler Loot hier. Fresse, Alter. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt mal netter sein. Die ganze Zeit mit so ner netten Stimme reden. Ich hab noch drei Kills offen. Die ganze Zeit mit ner netten Stimme reden. Tobi, ich hab noch drei Kills offen. Okay. Wenn ich du wäre, baue erstmal ne richtig schön hohe Rampe, damit ich keine Metz verwenden muss. Komm. Höher. Ja, bau höher. Wie hoch? Bauhöhe, du Hund. Bauhöhe war nicht ausgemacht. Du kannst dich aber immer nachher noch Sachen hinzufügen. Du bist dran. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt nochmal ne ganz hohe Rampe bauen. Einfach, damit ich meine Metz nicht verschwenden muss. Und, damit es nicht dieselbe Challenge wie der vorher ist, um es dir ein bisschen einfacher zu machen, du springst dann davon runter, ohne deinen Gleiter aufzumachen. Bist du behindert? Dann bin ich genockt. Ja, ich kann dir aufhelfen. Digga, ne Tobi, das ist so dumm eigentlich. Ich kann dir aufhelfen. Spring. So unnötig, Alter. Alter, du Idiot. Mann, da hast du dich schon wieder genockt. Zieh mich jetzt hoch, du Mitgestalt. Ich komm hier, warte, ich musste mit meinem Gleiter runterfliegen, weil ich weiß nicht, wieso jetzt du deinen Gleiter nicht aufgemacht hast. Ich komm nicht so Metz eigentlich wieder. Ich halt die Fresse, Alter, ohne Witz. Du arzt, ich musste deine nette Stimme immer noch haben. Tobi, f*** dich doch ins Knie, du kleine M****stall. Ich hasse dich. Du kleines Arschloch. War gut, ist gut. Weiter so, das gefällt mir. Da vorne ist ein Gegner, Nordwest. Nordwest hinterm Berg. Der kommt. Nur vorbereiten, war der Plan. Oh. Der hier unten ist schon ziemlich vorbereitet. Oh. Nein. Den glaube ich zu gut fürs Vorbereiten. So, den habe ich jetzt vorbereitet, komm. Ich treffe die Hack nicht. Der killt mich jetzt gleich. Der killt mich. Achtung, der ist Dynamis. Geh weg. Spann dich doch mal. Wieso hast du den anderen gekillt? Ja, es war kein Absichtiger. Ich weiß nicht, was das Anlaut ist. Ach, hier tut mir. Einen muss ich noch machen. Nein. Zwei. Sechs Kills. Ich hoffe, ich schieße es einem durch das Fenster an. Du kleiner W****, Alter. Mach das zu. Mach das Fenster zu, Junge. Lass die Fensterscheibe unten. Wenn ich du wäre, würde ich... Spann dich. No, der Hit, Alter. Wenn ich du wäre, würde ich mitkommen und mir beide killt. Ich habe ihn angehittet. Ich habe ihn angehittet. Du bist wieder alleine. Wenn du jetzt stirbst, dann bin ich wieder schuld. Ja. What's up, my dudes? Na. Ey, Mann. Den habe ich angehittet da. Aber den habe ich ja außerdem gekillt mal wieder. Bruder, ich bin echt zu schlecht für dieses... Wenn ich du wäre, gib mir deine Mats jetzt. Ja, ich komme her. Wenn ich du wäre, würde ich dir die Waffe aus dem zweiten und vierten Slot droppen. Mi, 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 mi. Oh, oh. Menschensblau Revolver. Hast du nicht gesagt, dass ich die Waffe nicht switchen darf vorher. Pfff. Habe ich auch nicht. Ist mir auch egal. Habe ich gemacht. Oh, hier liegt ein neuer Revolver. Und noch neues Dynamit. Korrekt, danke. Du Ropfer. Alter, halt die Fresse und triggere mich nicht so, sonst fetzig ich. Ach, Tobi. Nur weil du schlecht in Fortnite bist. Digga, guck mal meine Kills an und guck deine an. Wir sind gleich. Wenn ich du wäre, Tobi, würde ich jetzt einfach den Glider gar nicht mehr benutzen. Servus. Wenn ich du wäre, servus, dann würde ich den Shotgun gar nicht mehr benutzen. Übertreib mal nicht, du Hund, Alter. Halt's Maul, wenn wir jetzt wegen dir verlieren, du Missgestalt. Nein, wir verlieren nicht wegen mir, sondern wegen dir, weil du scheiße bist. Gegner Süden. Mir egal. Ich darf keinen Glider benutzen, sorry. Guck mal, wie schlecht. Wo schießt den hin? Boah, ist der nervig, der Kerl. Der nervt echt. Du musst aufpassen, weil links und rechts überall Leute kommen können. Flieg hin, Digga, der hat 10 HP. Wenn ich du wäre, komm mit mir. Du darfst wieder Glider benutzen. Du darfst Shotgun benutzen, wenn ich du wäre. Wenn ich du wäre, lass mir den Kill. Wenn ich du wäre, bau mir das hier auf. Digga, der ist doch hier unten offen. Wieder unnötig, Alter. Ich bin tot, auch nicht heu tot. Wir bringen dieselbe um. Ich hab ihn. Achtung, lauf! Ich hab ihn einfach totgeschlagen. Ich hab ihm 100 Damage gemacht beim Tothauen. Nimm die blaue Shotgun, nimm die blaue Shotgun. Du hörst nicht, wenn ich du wäre, gesagt. Halt's Maul. Lass zurück in die Zone. Achtung, der ist am Berg oben. Wenn ich du wäre, würde ich erstmal einen Husten. Wo, wo, wo. Wenn du ihn killst. Ja, bei mir. Dreißiger Shot vor mir. Noch einer. Ich hab den einen vorbereitet. Den einen hab ich knocked. Nein, die Border. Digga, kill den schnell. Ich bin down. Soll ich dir helfen? Ja, natürlich. Digga, das geht doch nicht. Natürlich, Junge. Wenn ich du wäre, komm jetzt mal schnell hier rein. Zieh mich hoch, Alter, du Opfer. Hast du dir gesagt, du sollst tanzen, bevor du ihn killst? Hab ich sogar. Hast du nicht? Natürlich. Ja, ich glaube, ich sterbe jetzt, ne? Nein, tust du nicht. Ich aber. Ich auch. Oh, ich dachte, du stirbst einen Falsch an. Schaffst du es hier rein? Glaube nicht. Nice, danke, dass wir jetzt wegen dir verloren haben. Waaah, ich hab dir geholfen! Sohn, Alter, ganz ehrlich, Digga. F*** dich ins Knie. F*** dich ins Knie, Alter, Junge. Ich bin dran. Nein, ich bin dran, Digga. Ich bin dran. Du hast gerade gesagt, wenn ich würde, tanzen, Alter. Hast du getanzt? Ja, hab ich. Tobi, wenn ich du wäre, würde ich jetzt den Berg richtig weit hochgehen und einfach runterspringen. Sei bitte nicht so ehrlich. Halt's Maul, Digga, ich gönn dir den Win nicht! Wenn ich du wäre, würde ich jetzt den Berg komplett hochgehen und einfach runterspringen! Du bist so eine Hu**. Wie kann man so näher nur so fassen? Freunde, Freunde, ich hasse dich, du Stück Sch***. Du bist so lustig. Take the air, Bro, take the air! Take the air! Oh, du kleiner Lappen! Los, spring! Das war's von diesem Video, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Juga, du bist so ein ehrloses... Entspann dich doch jetzt mal, Junge! Du bist so ein ehrloses Stück Scheiße! Ooooooh! 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 Nur weil du zu Scheiße bist und irgendwie in irgendeiner Weise... Wenn ich du wär, würde ich jetzt ganz dringend den Mund halten. Ooooooh, ja, ja, ja! Wer will schon mit dir spielen, Alter? Komm, halt das Maul, Alter! Alles klar, ja, ja, komm! Komm halt deinen Maul! Jetzt habt ihr mich jetzt... Ey! Ey! Tobi! Tobi! Hat er mich jetzt wirklich von der FL gelöscht? Fuck! Leute, gut, an der Stelle schaut er dann Tobi, schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei. Das war's von diesem Video. War wieder salziger denn je. Lasst einen Daumen nach oben da. Natürlich werden wir uns später wieder zusammenfinden und wieder Freunde werden. Ich liebe dieses Format. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis jetzt zum nächsten Mal. Hau da rein. Bis dann. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao.